Hallöchen und Herzlich Willkommen zurück hier bei Staxel. Für mich schon wieder ein paar Tage her, bei euch auch ein paar Folgen ausgefallen. Es liegt letztlich daran, ich stream zu viel und hab dann so wenig Lebensenergie noch über, um weiterzumachen. Und hier noch fünf Videos am Tag rauszukloppen. Deswegen kann es sein, dass es da die ein oder andere Unterbrechung gibt. Soll aber keinen Abbruch tun, weil wir bleiben natürlich dran. Also sollte Staxel mal irgendwann eingestellt werden, dann seid ihr die hier zuschauen, die Ersten, die das erfahren. Macht euch keine Sorgen, ist erstmal nicht geplant. Wir haben nämlich noch ein bisschen Quest. Hier Jamie und die Arena, da wollten wir ja letzte Folge eigentlich hier anfangen und mussten dann mal spontan angeln. Rein geschäftlich, das Luftschiff-Dock muss erweitert werden. Roan möchte Kaffeepflanzen haben, also Kaffeebohnen. Morell hat irgendwas und Maxi möchte, dass wir uns mit irgendwelchen Touristen unterhalten. Das sind so die Aufgaben, die wir haben. Ich hatte gestern, also am gestrigen Tag, so muss man das sagen, weil die Aufnahme ist natürlich schon weit über eine Woche her, irgendwo auch einen Karottenkuchen abgeben sollen. Find aber im Journal dazu nichts. Wahrscheinlich war das wieder so ein, kannst du mir einen Karottenkuchen geben? Ja, mach ich. Oh, zu spät. Genau in der Geschwindigkeit auch. So, wir kloppen hier mal weg und gucken mal, ob unser Regal da ist, weil wenn nicht, dann haben wir Verlust. Das wäre tragisch. Es ist aber noch Event, also es kann sein, dass wegen des Eventes das Ding... Aber ich bin mir sicher, ich habe es hier hingestellt. Ich bin mir sicher. Also, müssen wir das Event abwarten? Ähm, ja, keine Ahnung. So. Iris? Iris, hallo. Hey, warte doch mal. Oh je. Weißt du, was ich wirklich dringend brauche? Weißes Blütenblatt. Ja, ich glaube, davon habe ich welche. Ja, 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 ich kümmere mich drum. So. Mache ich. Ich habe aber noch was für dich. Warte, warte, warte. Hier. Stehst du eventuell auf ein... Super Glühwürmchen. Ist das für mich? Ja, für wen denn sonst? Natürlich. Cool. Davon kann man nie genug haben. Das stimmt. Weißes Blütenblatt. Haben wir sowas? Oder ist das wieder... Hallo Katze. Aber wir sind schon verliebt, ne? Schade, ich hätte jetzt vielleicht ein weißes... Na klar. Max! Max! Was haben die Touristen denn über unsere Stadt gesagt, hör mal. Ich habe übrigens aus Zwiebelhausen von meinem Kollegen und Freund und Bruder gehört, dass da gekocht wird. Vielleicht sollten wir da mal hin. Und mein Freund hier aus... Also Bruder ist es auch. Der macht Öl. Oh, ein ganz netter Mensch. Der weiß mit Geld umzugehen. So, was sagen denn die Touristen? Waren sie beeindruckt? Konnten wir Investoren? Ja, ich habe noch keinen gefunden. Das hier ist keiner. Was sagst du? Die anderen Dorfbewohner sollten besser ihre Besen schwingen. Die stammen aus meiner eigenen Sammlung. Ja, schön. Nix los in dieser Stadt. Ähm. Ja, warte mal. Da kann man doch hier... Hier kann man doch... Was einfangen. Ich weiß, wir müssten auch mal wieder die Bienen... Aber die sind ja nett. Die sind ja fröhlich vor sich hin. Also Tiere habe ich alle schon gemacht. Keine Sorge. Weißes Blütenblatt. Ähm. Eins hätte ich zufällig da. Eris. Bist du Hasenzahn? Wir kommen auf allen Baustellen nicht weiter. Super, oder? Also da kann keiner sagen, ich hätte das Spiel nicht im Griff. Wie zielorientiert ich mich um alles nicht kümmere. Super, oder? Ich räume nur mal auf. So. Zack. Der patentierte Steinaufzug. Ähm. Weißes Blütenblatt. Hallo. Was hast du denn Nettes im Angebot? Erst mal wieder so ein bisschen orientieren. Vielleicht schaffe ich es heute so zwei, drei Folgen am Stück aufzunehmen. Ne? Das ist so der Plan. Oskar. Luftschiff-Dock-Erweiterung. Seht ihr hier einen Terroristen? Touristen? Ich nicht. So. Da war die Lebensmittelgeschichte. Alles klar. Oh, du hast weißes Blütenblatt für mich gefunden. Kann ich es haben? Ja, ja. Ich habe dir heute ja schon was geschenkt. Bitte. Bitte nimm das für deine Mühen. Was kriege ich denn Nettes? Eine Glücksgiste. Das ist nett. Da könnte eventuell was drin sein. Weißer Farmzaun. Grüner Regenbogenhocker. Und Holzschreibtisch. Danke. Zeichen damit. Na ja. Vielleicht könnte mein kreativer Monk was daraus machen. Ja. Seht aber leer aus hier. Ach, da bist du. Leider, ich habe die gar nicht gesehen. Ich wünsche dir, Iris wäre ein bisschen ruhiger. Sie macht immer so Radau. Ja. So. Dann fehlt uns noch Rhone. Aber da können wir hin, wenn wir Kaffeebohnen haben. Aber die müssen ja jetzt auch mal langsam fertig werden, oder? Also Kaffeebohnen. Hi. Ich wollte nur mal Pupsi ein bisschen auf den Arsch schauen. So. Ja, da freust du dich, wa? Mit Tieren in der Nähe. Bla und plupp. Ganz viel Gerede. Wenig Einsatz. Ähm. Max. Max. Hier sind keine. Was haben die Touristen denn nur über unsere Stadt gesagt? Nein, hier ist doch keiner. Guck mal. Kein Tourist. Oder? Hexe, Hexe. Kein Tourist. Weg ist er, weißt du? Zack. Was haben die denn gesagt? Zack. Weg ist er. Wie läuft's? Äh. Das ist beschissen. Äh. Ja. Schleimige Statue. Ja. Farmer-Statue. Muss ich noch irgendwas machen? Nee, ne? Nee, ne? Also die Kuchenaufgabe, die ist mir wieder gestellt worden, so unmittelbar bevor sie abgelaufen ist. So. Mir wurde aus verlässlicher, dass auch die ersten Touristen eingetroffen sind. Ja, du hast eine sehr verlässliche Quelle. Das muss ich dir mal sagen. Kann nix, der Typ. Was mach ich denn jetzt mit dem Bauen hier? Bin gerade ein bisschen aufgeschmissen wegen des Eventes. Hattest du etwas dagegen? Wenn ich denke, wäre auch eine gute Idee. Also auch nur Gerede, keine neuen Rezepte. Karottenkuchen. Wisst ihr noch, wer für Karottenkuchen empfänglich war? Lone war für Kartoffel empfänglich. Wer ist denn für Kartoffelkuchen? Nee, Karottenkuchen empfänglich. Ich hab das schon wieder vergessen. Ich werd alt. Sollen wir noch ein bisschen angeln? Weil wir hatten doch hier unter... Nee, T war es nicht. Entschuldigung. I. Ja. Hier haben wir doch diesen Verzeichnisbaum. Also hier fehlt noch... Ultimative. Lade einen Dorfbewohner zum Mitbewohner ein. Da habt ihr euch noch nicht zu geäußert. Koche eine Konserve. Konserve? Koche jede Konserve. Tortenbäcke. Das könnten wir machen. Hühner legen Eier. Hebe ein Ei auf. Habe ich. Sammle 100 Eier. Das müsste ich haben. Stelle ein Schwein ein. Achso, wir könnten ja auch noch das machen. Richtig. Natürlich. Was ist das hier alles? Nutze... Ernte 10 Samen. Ach, den Samen-Dings da. Ernte einen goldenen Samen. Habe ich diese Erntemaschine schon? Pflanze 1000 Samen. Alles klar. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Also ihr seht, ein bisschen was können wir noch machen. Ist nicht viel, aber 100 Häufchen aufgehoben. Bestimmt. Und 100 Wolle. Da sind wir bei. Also das läuft. Hier die Samengeschichte. Ernte 10 Samen, platziere einen, ernte einen goldenen Samen vom Samenhersteller. Habe ich den schon? So, und das ist natürlich auch verwunderlich. Also bei den Schmetterlingen und so weiter haben wir auch noch nicht alles. Goldene Libelle, blaue Libelle. Was wollten wir denn noch? Ach, wir wollten noch hier beim Fischen. Guck mal, wie viel da noch fehlt. Riesenkalmar, Schwertgrundel. Alles noch nicht gekriegt, obwohl wir schon eine richtig gute Angel haben. Fehlt uns noch ganz, ganz viel. Blauer Homa. Was haltet ihr denn davon, wenn wir das, weil das Event gerade ist? Mal gucken, ob wir hier angeln können. Irgendwo Wasser ist. Ich weiß, es ist jetzt nicht so spannend, aber ich muss es ja irgendwie strukturieren. Mir ist dann schon wieder alles viel zu viel, was ich da auf dem Plan habe. Und bauen wollte ich ja, aber ihr habt selber gesehen, dass... Achso, ich muss ja hier drauf tun. So. Ich bin nämlich heute nach eigentlich viel zu wenig Schlaf relativ fit heute Morgen. Ja, es ist Sonntag, der 12.04. 10.53 Uhr. Das heißt, diese Stachselfolge soll heute auch rauskommen. Im Hintergrund schneide ich gerade Farcry-Folgen für nächste Woche. Das bietet sich immer an, dass ich schneide und dabei so Sachen wie Plösenarchitekt oder Stachsel aufnehme, weil die nicht so ressourcenfressend sind. Da kannst du durchaus im Hintergrund noch ein bisschen was murksen, rendern und kaputt machen. Ohne, dass dein Rechner gleich in Brand gerät. Fliegende Fisch. Bei sowas wie Fallout oder Planet Zoo würde ich das nicht machen, weil das merkst du relativ schnell in der Performance. So. Außerdem wollte ich mich heute noch um andere Dinge kümmern. Also ich habe heute zum Beispiel schon angefangen, einen Abfluss zu reparieren und habe dabei festgestellt, dass eine ganz wichtige Schraubenhalterung regelrecht wegoxidiert und weggerostet ist. Dementsprechend habe ich jetzt ein Waschbecken-Gesee-Gurke. Ja. Was ich nicht mehr benutzen kann. Ist natürlich schön. Sowas sollte man immer Ostern machen, weißt du. Aber heute hatte ich das erste Mal Lust, mich um diesen fürchterlich müffelnden Abfluss zu kümmern und mal zu gucken, was denn da jetzt genau plötzlich nicht funktioniert. Das Wasser floss nicht mehr gut ab. Und ich habe mich so ein bisschen davor geekelt. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, dass ich jetzt... Deswegen zum Beispiel auch kein Hund oder so. Wenn ich mir vorstelle, ich muss in diese gerade gelegte warme Kackwurst greifen. Auch wenn ich eine Tüte oder einen Ballangfisch oder Handschuhe anhätte oder so. Ich könnte auf der Stelle auf die Tastatur reihen. Ehrlich. Das ist etwas... Meine Schwester zum Beispiel, die kann das problemlos. Ja gut, ist auch ausgebildete, examinierte Krankenschwester. Aber die findet wahrscheinlich Körperflüssigkeiten geil. Aber ich... Also wirklich, das ist nicht meins. Und da habe ich mir überlegt, ist es vielleicht sinnvoll, auch kein Haustier anzuschaffen. Weil ich müsste mich ja darum kümmern. Also ich wäre ja einer, der würde nicht sagen, wenn mein Hund auf der Straße kackt, müssen sie eben aufpassen, wo sie hinlatschen. Riesengoldfisch. Sondern ich würde mich natürlich darum kümmern, weil... Kann ja nicht sein, dass die Allgemeinheit darunter leidet, weil ich ein Haustier habe. Ich weiß, es ist eine Einstellung, die kommt jetzt nicht überall gut an. Die meisten würden sagen, ist mir doch scheißegal. Wenn mein Hund dahin kacken will, dann ist das sein gutes Recht. Ich zahle ja schließlich Steuern. Wollen wir es weiterführen? Und ich sehe das anders. Eine Fadenschnecke. Oh, wir finden heute... Hier war ein guter Angelpunkt. Haben wir gut gemacht. Und ja, da musste ich da heute in diesen... Und da... Ich weiß nicht, also... Ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Gott sei Dank. Ist nicht so meins, weißt du? Ja. Na ja, und da ist wie gesagt eine Schraube wegoxidiert. Und ja, jetzt kann ich das natürlich nicht mehr zusammenbauen. Dementsprechend müsste ich mal zu einem Baumarkt. Aber genau da wollte ich eigentlich nicht hin, weil da stehen jeden Tag so viele Leute vor. Und ich weiß auch immer nicht, was ist eigentlich die richtige Uhrzeit, um einkaufen zu gehen. Also gestern, am Heiligen Samstag, habe ich ja den Stream absichtlich beendet, obwohl es gerade wirklich schön... Oh, Nawal. Toll. Obwohl es wirklich gerade richtig schön und gemütlich war, morgens um 6.30 Uhr. So 6.30 Uhr, 6.45 Uhr herum. Aber ich habe gesagt, wenn ich jetzt nicht einkaufen gehe, dann... Ich werde ja auch immer müder, weil ich ja die Nacht wieder durchgestreamt habe. Und dann ist das so voll. Und ich komme da hin und denke mir... Vom Aldi, wo ich nicht hin wollte, ist schon Schlange ohne Ende. Morgens um 4 nach 7 oder was war ich da. Ich denke so, ja klar, das sind die ganzen ganz früh auf Steher. Wenn der erste Schwung weg ist. Ich bin dann in den... Was? Mini-Delfin? Ach, ein Mini-Delfin. Bin dann in den Laden daneben gegangen. Da ging es noch. Da gab es auch noch Einkaufswagen. Und... Hab natürlich dranig, wie ich bin, das Portemonnaie im Auto vergessen. Also musste ich dann erstmal wieder raus. Und... Ja, ohne Wagen dürfen sie nicht rein. Ich sage, sie werden es nicht glauben, aber mein Wagen steht bei der Kühlung hinten. Ich habe Portemonnaie vergessen. Aber die waren relativ aufgeschlossen. Er sagte, ja, ich kann mich auch erinnern, sie sind doch gerade mit Wagen reingegangen. Ich sage, genau. So kam ich dann ohne Wagen mal rein. Musste mich natürlich dann wieder in eine Schlange anstellen, die immer länger wurde. Und ich war so froh, dass ich da raus war. Und in dem Ladenkomplex ist auch noch ein Bäcker. Da wollte ich mir noch zwei Brötchen mitnehmen. Natürlich die Schlange bis nach draußen. Weil die jetzt eine eigene Schlange aufgemacht haben. Habe ich mich einfach zwischengedrängelt. Freundlich mit einem älteren Herrn gequatscht. Der dahinter war ein bisschen nölig. Aber was interessiert mich das? Ich weiß nicht. Ich pack doch nicht die Einkäufe in den Wagen und stelle mich dann wieder acht Stunden da an. Für zwei Brötchen. Ich hatte Geld passend. Ich soll sie jetzt mal nicht so anstellen. Das ging ruckzuck. Mein Einkauf hat vielleicht zehn Sekunden gedauert. Wirklich zehn Sekunden. Aber wie das so ist. Der gute Deutsche muss natürlich nölen. Dem NSDAP-Blockwart Bescheid sagen. Herr Oberst, da hat sich einer in der Schlange vorgedrängelt. Das darf doch nicht sein. Ja, ja. Doch darf. Ich bin nämlich nicht preußisch gezogen. So, alles klar. Fähnall. Also hier finden wir ja interessante Dinge. So, und dann habe ich meine Eltern gesehen. Beziehungsweise das Auto von denen. Die waren nämlich im selben Laden einkaufen. Allerdings haben wir uns im Laden nicht getroffen. Und die Wurstig. Beziehungsweise. Oh, verdammt. Die Fleischstücke. Ich habe mir gerade durchs Gesicht gestreichelt. Deswegen. Der ist entkommen. Ja, ja. Das kann schon mal passieren. Ähm. Voll. Warteschlangen. Ich denke, wo bist denn hier? Das hört sich auch so an, als wenn es Bananen gäbe. Oh, boah. Andere Süßfrüchte. Ehrlich. Das, ähm. Das Schöne ist, dass ich das tatsächlich auch erlebt habe. Ne? Also ich war tatsächlich ja in der DDR. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal ausführlich erzählt habe. Also ich meine das wirklich. Nicht auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Sondern ich bin so alt. Ich war mal zu Besuch in der DDR. In Karl-Marx-Stadt. Niveau. Und, ähm. Als Kind natürlich. Klar. Ist ja schon ein paar Tage her, dass Karl-Marx-Stadt existiert. Heute heißt sie halt Chemnitz. Und, ähm. Da habe ich das gesehen. Das war wirklich für mich unbegreiflich. Wir gingen in einen Spielzeugladen. So einen richtig schönen alten Spielzeugladen. Mit, ähm. Schönen, hohen Holzregalen und so weiter. Und, äh. Ich durfte mir was aussuchen. Ja, ich sag, hier gibt's ja nichts. Aber. Da war wirklich. Die Regale waren leer. Da war nix. Ich war völlig irritiert. Ich meine, als Kind habe ich das ja auch politisch überhaupt nicht verstanden. Ne. Aber. Da habe ich dann, ähm. Tatsächlich auch aus so einer Art Kunststoff. Ähm. Hand bemalt. So ein, so ein, ähm. Im Maßstab 1 zu 87 für meine Modelleisenbahn. Ich als Kind hatte. Ähm. Hier so ein Wasserschwenkarm für Dampfloks gekauft. Das war das einzige, was, sagen wir mal, im Kleinen, weil ich sollte ja nicht den ganzen Laden leer kaufen, ne. Oder ein Teil für, für, 50 Mark. Oder sondern, ähm, eine Kleinigkeit eben für ein Kind, ne. Ähm. Das war das einzige, was da war. Ha. Ja. So, und der nächste Laden, ich, 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 ich habe überhaupt nicht verstanden, warum da so eine Riesenschlange vor war, ne. Und dann sagte der, äh, bei dem wir da untergekommen sind, ja, ja, da gibt's heute irgendwas, äh, was wir sonst nicht haben. Eine Schlange, hör mal. Ich denke, das kann doch nicht. Äh. War ich aus dem Westen überhaupt nicht gewöhnt, ne. Und so war das gestern tatsächlich auch an der Fleischtheek. Klar, alle wollen Fleisch haben, ne. Und, äh, ich bin ja nicht der Einzige mit der genialen Idee, einfach mal früh einkaufen zu gehen. Und dann mit diesen Kassenwarteschlangen, das war schon übelst. So. Dann habe ich euch jetzt genug aus meiner Kindheit erzählt für heute und, ähm, wir haben's geschafft. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Genießt, wenn ihr die Folge relativ zeitnah schaut, den Ostersonntag. Ich wünsche euch vor allem einen schönen Ostertag, auch wenn er unter etwas komischen Vorzeichen ist und, äh, wir vielleicht das gewohnte Osterfest so nicht durchführen können. Aber Ostern ist ja mehr als, äh, irgendwo Kuchen fressen und, äh, ne, sich mit der Familie streiten, sondern, ähm, Ostern ist ja eigentlich ein christliches Fest. Also lasst uns auch christliche Nächstenliebe leben und alles wird gut. Ich wünsche, also wie gesagt, ne, und, äh, lasst gerne, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sehen wir uns. Bis in zwei Stunden kommt schon das nächste Video raus. Oder, wenn ich's jetzt schaffe, hintereinander noch ein paar Folgen aufzunehmen, dann in zwei Tagen auch garantiert wieder eine starkste Folge. Schauen wir einfach mal. Also, macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Was haben wir denn gefangen? Fehlenanglerfisch. Toll. Und به. Aarea meвинetärfisch. Was ist das? Ich war. Da 늦en.